hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach den tickets sowie jeden tag und heute steht uns wieder spiel seo city im weg ich hab sie installiert also schneller gehen ich hatte noch ein ganz bisschen weiter gespielt dadurch habe ich die basis jetzt bisschen geändert und was herausgefunden was heißt herausgefunden meine basis erweitert vorher wusste irgendwie nicht wie das geht und das habe ich jetzt herausgefunden wie ich das mache so dann wollen wir mal schauen ob ich gerade von zombies angegriffen werde die werde ich dann gleich als erstes kaputt hauen alarm alarm kein alarm kein alarm okay das ist schon mal gut weil ich habe auch wenig geschneid dass auf produktion wenn ich darauf drücke dass ich die mich weiter ausbilden kann und habe deswegen immer geguckt was ich machen kann das ging nicht weiter naja das video ansehen mache ich nachher jetzt nicht ich muss das wieso noch viermal angucken damit ich die kiste aufmachen kann so dann haben wir das alles der sammelt hier schön das ganze geld ein aber sie alles voll bei mir dann werden wir mal schauen ob wir jetzt den gegner schaffen ich habe den letzten mal nicht geschafft ich müsste die kaserne auf 4 machen deswegen vielleicht ok dann kaserne dass die kaserne verbessern geht noch nicht verbessern das geht jetzt muss ich 15 minuten warten ich beschleunige jetzt mal ich habe jetzt hier nicht so viel zeit ob das ist gratis das ist schon mal gut ich muss noch ein bisschen was umändern hier ist das erste war und da ist das schlafzimmer oder wohnzimmer das können wir ja mal machen zu flucht um ändern und da ist das schlafzimmer oder wohnzimmer räume entfernen ach jetzt habe ich alle entfernt das gibt es doch nicht ich habe hier unten die kommando zentrale gehabt hier druckerei tresor kaserne war hier druckerei 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 die waffenkammer hatte ich hierhin getan speisesaal habe ich 2 1 2 da ist speisesaal speisesaal oh das ist auch schon gut kühlraum krankenhaus dahin trainingsraum hatte mal alle entfernen zu flucht entfernen modus so aufschalten wohnzimmer packen wir oben hin kühlraum hier und entfernen 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 komisch verstehe ich auch finde ich egal trainingsraum machen wir da rein kommt um so schlafzimmer krankenhaus auch doch oder nutzen speichern und schließen zack zack da die frau muss da arbeiten auch war ja produktion dass das das die wollen wieder kämpfen logisch aber so gibt es nichts verbessern gratis ah jetzt haben wir doch eins also das ging nicht weil es unterschiedliche levels waren jetzt weiß ich es jetzt weiß ich bescheid so verbessern 30.000 nein das nicht schließen verbessern 30.000 verbessern das kann ich gleich verbessern das könnte ich auch verbessern der nicht verbessern 30.000 200.000 das dauert zu lange noch den kann ich verbessern beschleunigen ja wohl 30.000 nein 30.000 nein verbessern 50 ok verbessern 200 so kasern ist das wichtigste 200.000 ich kenne gerade mal 50.000 was macht man denn jetzt die ganze zeit hier komme ich nicht weiter stufe 6 stufe 5 die habe ich schon abgeschlossen angriff oh ich greife eine basis an lol lol na gut also das war schon mal scheiße ich habe eine medaille gekriegt ok ich kann ja im trainingsraum mal gucken warte die frau ist fertig da arbeiten zwei da arbeiten zwei die schicken mein schlafsimmer rein den auch abholen noch eine belohnung noch eine belohnung das gibt mir mehr belohnung verbessern ha 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 dann gehen wir mal in trainingslager schauen ob da 14 ist das höchste ok und ich habe es fertig ablehnen ablehnen Ablegen Ablegen 14 Okay, die Nummer Der ist 8 Das geht nur in den einen Raum 8 Stärke 8 Oh, 14 So Dann rüsten wir die mal aus Ablegen Ablegen Fangen wir mal an mit das hier Anlegen Nicht möglich Okay Okay Anlegen 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 Ablegen 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 Anlegen Anlegen Legen wir erstmal so alles an Und hier ist besser Anlegen Schlechter 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 Besser Schlechter 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 Also ist das für unten die Leute, die produzieren. So, jetzt schlechter, 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 auch schlechter. Auch, 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 auch. Auch, Küche brauchen wir nicht. Ganz unten war mit Geld, gut. Anlegen, anlegen, schlechter, schlechter, anlegen, schlechter, schlechter, schlechter. Auch, schlechter, auch schlechter, auch schlechter. Okay, dann habe ich jetzt meine, das war der Geldmann. Oh, ablegen. Du kriegst das, das und das. Ich brauche noch eine Küchenhilfe. Anlegen. Geh mal hier, das anlegen. So. Was habe ich jetzt noch? Anlegen. Gut, dann probieren wir mal jetzt einen kleinen Kampf. Noch die Belohnung abholen. Ja, nee, das wird noch nichts. Oh, das sieht doch jetzt schon viel besser für mich aus. Jo, gut. Ein Kampf gemacht. Dann kann ich nochmal hier gucken, ob da was ist. Aber ich denke nicht. Ansehen. Mach ich gleich. Aber nicht jetzt nicht. Jetzt nicht. Nee, nee, nee. Zwei Minuten. Elf. Supi. Ich würde sagen, das war es denn für heute. Ich mache das jetzt mal so, weil ich werde es nochmal gleich ein bisschen weiterspielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hättet Spaß. Das Ticket noch einpullen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.